unser nächster pick ist jaja nadrani von serain aus der belgischen liga ja die sind jetzt nicht unbedingt gut unterwegs deswegen immer auch immer etwas schwierig aber als verteidiger ist er immer in der lage dass er wirklich was rausreißt und das hat er eigentlich auch gegen antwerp gemacht am wochenende wo er dann leider torwart noch ein eigentor fabriziert hat so dass es eben kein clean sheet war ansonsten werde vom wert noch mal höher und wie wir sehen er hat trotzdem auch immer seine wirklich hohen scores mit drin er ist eigentlich absolut gesetzter stammspieler als starter und ja ich habe ihn hier gekauft und er hat jetzt am wochenende so halbwegs gut abgeliefert und da habe ich eigentlich hoffnung oder erwarte ich dass noch etwas besser wird das ganze erst preislich jetzt immer noch ja auf einem niedrigen niveau würde ich mal sagen und ja so ziemlich dass der tiefpunkt den er jetzt aktuell im wert hat muss man natürlich immer ein bisschen auch auf die tabelle schauen wo die reise hingeht bei denen und vielleicht auch dann rechtzeitig wieder verkaufen wir unter 20 euro kann ja durchaus mal spielentscheidend eingreifen auch mal spielenten und auch mal spielenten auch mal spielenten Vielen Dank.